Musik Ja hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin's wie immer, euer Gansschott und ich hoffe, dass ihr bisher ein schönes Weihnachtsfest hattet und auch noch habt. Denn wir haben ja heute den zweiten Weihnachtstag und ich hoffe, die meisten von euch oder sogar alle haben frei heute und können den freien Tag noch genießen. Ja nur deswegen melde ich mich natürlich nicht zu euch, sondern natürlich weil die Entwickler von Battlestate Games, also Escape from Tarkov, sich mit einem Developers Report gestern nochmal zu Wort gemeldet haben und dort einige Eindrücke nochmal loslassen, die im Endeffekt 2016 passiert sind, was im Endeffekt jetzt so in der ganzen Zeit implementiert und gearbeitet und gemacht wurde. Und natürlich so ein bisschen was, was jetzt in der Zukunft kommt und dass sie im Endeffekt kurz davor stehen, die Alpha Beta Ready zu haben, so wird es in dem Video einmal genannt. Und ja, da gehen sie natürlich auf viele Punkte ein, die wir selber natürlich teilweise als Alpha Tester selbst schon kennen, aber natürlich auch nochmal an die, die die Alpha bisher noch nicht spielen konnten, sehen, was sich denn überhaupt in der Alpha jetzt verändert hat seit Closed Alpha Beginn und in den ganzen Updates, die danach kamen. Das heißt, die kleinen Grafik- und Physikänderungen, die im Endeffekt die ganze Zeit dabei passiert sind, dass wir Sachen untersuchen können, etc. pp. Da gehen die wirklich nochmal komplett drauf ein und natürlich auch nochmal am Anfang so auf die Geschichte. Ihr seht das jetzt alles hier im Hintergrund. Ich quatsche da jetzt gerade ein bisschen drüber. Ich lasse euch das Video nochmal voller Länge laufen und ja, ich rede jetzt einfach nur nochmal ein bisschen in der Zusammenfassung darüber, worum es hier in dem Video eigentlich geht. Also wie gesagt, die Entwickler fassen einmal so ein bisschen zusammen, was alles so passiert ist jetzt in der ganzen Zeit, was jetzt gerade passiert, was entwickelt wird und demnächst implementiert wird. So wie das Sprachensystem, die Science, also dass wir im Endeffekt einmal untereinander kommunizieren können und auch lautlos kommunizieren können über Sicht und visuelle Zeichen natürlich, wie das sein muss, um natürlich auch lautlos miteinander kommunizieren zu können. Genauso wie gerade brandaktuell ist, dass die Probleme bei den Waffen auftreten sollen, Ladehemmungen, etc. Dass, keine Ahnung, eine Patrone einfach mal im Schacht stecken bleibt, etc. pp. So Kleinigkeiten, genau wie natürlich der Waffenzerfall, also dass die Waffe sich selber mit der Zeit immer weiter abnutzt. Das haben die in dem Video auch nochmal ganz gut beschrieben und vor allen Dingen auch noch die Skill-Levels, wie die sich so ein bisschen auswirken. Das wurde auch nochmal gezeigt, dass man zum Beispiel, wenn man oft mit einer Waffe agiert und mit dieser schießt und überhaupt rumrennt und diese benutzt, dass man dort natürlich vertrauter mit der Waffe wird und das so ein Passiv-Skill wird, wo man dann im Endeffekt dann Stufe 1, 2, 3, etc. weiter aufbaut und das immer mehr nützliche Funktionen für uns freischaltet. Indem wir zum Beispiel während des Zielens im späteren Verlauf sogar nachladen können. Ja, das ist dann glaube ich so das Maximum des Skill-Levels, also während des Visierens trotzdem nachladen zu können, ohne dass er aus dieser Anvisierung rausgeht. Genauso wie das anfängliche schneller nachladen, schneller wieder bereit sein in der Waffe, etc. pp. So die ganzen Sachen werden da im Endeffekt nochmal schön gezeigt. Das Video geht ziemlich lange, da kommt viel, viel, wirklich viel drin vor. Gerade was sich auch an der KI getan hat, wie die jetzt agieren, dass sie schlauere Bezugspunkte haben. Genauso wie das demnächst dann halt natürlich auch das Gruppen, also das Teamplay mit implementiert wird, dass wir mit Gruppen in die Raids starten können. Und so viele Sachen, Lichtdynamiken bei Nacht im Endeffekt zu spielen und wie sich das alles auswirkt, wenn man zum Beispiel kein Tactical Light an der Waffe hat, dass man sozusagen LED-Lichter einfach in der zweiten Hand, zum Beispiel bei der Pistel, unter die Führungshand von der Waffe nimmt, um trotzdem leuchten zu können, wie wir das aus vielen Filmen natürlich kennen. Da sehen wir ja auch, was ich die linke Hand befinde, sich unter dem Magazin, während die rechte Hand natürlich die Waffe in der Hand hält und visiert. Ja, und so wird im Endeffekt dann weiterhin geleuchtet. Das wird auch alles weiterhin mit implementiert. Genauso gehen sie natürlich noch darauf ein, weiter mit den Umgebungsobjekten zu interagieren zu können, die Triche für Türen zu benutzen, falls wir keinen Schlüssel haben, dann Lichter kaputt zu schießen und all möglichen anderen Kram, den wir dann im Endeffekt noch verwenden und mit dem wir gut interagieren können, genauso wie über Hindernisse drüber zu schießen. Also das heißt, die Waffe einfach stumpf nach oben in der Deckung zu halten, um zu sprayen, um vielleicht so Attacken gegen uns schon abzuwehren, bevor der Gegner wieder Sichtfeld zu uns hat und wir so im Endeffekt gar keinen Headshot auf uns riskieren müssen, indem wir über einen Spind oder über eine Bank rüberlugen müssen. Genauso verhält sich das dann natürlich auch mit dem Neigen etc. pp. Des Weiteren gehen die Entwickler noch weiter darauf ein, zum Beispiel auch unterschiedliche Munitionstypen in ein Magazin reinzupacken, das wir dann natürlich in die Waffe mit reinpacken, also das wir natürlich dann in die Waffe laden und dann damit schießen. Das heißt, wir können uns im Vorabschritt auswählen, ob wir, keine Ahnung, 10 Standard, ne, Mumpeln, wenn man so möchte, einfach mit reinzupacken oder 10 Mal Full Metal Jacket oder Leuchtspur etc. Ja, diese ganzen Möglichkeiten wissen wir ja schon, dass es diese ganzen unterschiedlichen Munitionstypen geben soll und das wird jetzt auch alles gerade weiter, immer weiter entwickelt und implementiert, sodass wir darauf auch demnächst hoffentlich zugreifen können. Natürlich stellt sich jetzt natürlich die Frage, Extended Alpha kommt ja jetzt bald. Ich denke natürlich auch die nächsten Tage. Ich denke einfach, dass das Video vorab nur nochmal rausgeknallt wurde, um natürlich auch alle anderen so ein bisschen wieder ins Licht zu rücken, was genau denn überhaupt gerade bei Escape from Tarkov passiert. Natürlich wird auch noch auf die ganzen Lichtverhältnisse und Wettersachen eingegangen, dass halt die Zeit wechselt, die Lichtverhältnisse dementsprechend wechseln. Das Wetter wechselt von Regen zu, keine Ahnung, trüb, zu sonnig, zu neblig und so weiter, dass diese ganzen Faktoren dort mit einspielen, dass die Waffen im Aufbau natürlich immer noch sehr komplex sind und die wirklich sich alle möglichen literarischen Quellen zur Rate ziehen, um wirklich nichts fiktionell zu machen, sondern alles auf realistisch basierend darzustellen. Dass die Waffen sozusagen eins zu eins nachgebaut werden können, mit wirklich den Sachen, die an diese Waffe gehören, auf die Art und Weise, in der sie auch montiert werden können. Also wirklich keine Fiktion, gar nichts. Das soll wirklich so realistisch sein, genauso wie Battlestate uns das ja auch die ganze Zeit immer versprochen hat und dort zeigen sie wieder, dass sie daran immer noch ganz stark festhalten und sich das auch wohl nicht ändern wird. Ja, meine Freunde, eigentlich sind wir jetzt, was den informationellen Teil zusammengefasst angeht, sind wir eigentlich durch. Natürlich haben die Entwickler noch ein bisschen mehr erzählt und auch gesagt, ja, das mit der Community, dass sie das jetzt natürlich in Polen, in Deutschland, in Amerika etc. auch weitergemacht haben, dass sie da Foren mit eröffnet haben, dass auch die alle in ihrer Heimatsprache damit, dass sie im Endeffekt auch alle informiert werden über den ganzen Stuff. Haben sie natürlich auch nochmal gesagt, was wir im Endeffekt ja auch über Facebook alles weiter verfolgen könnten. Und ja, gegen Ende gibt es noch so ein paar Blooper-Aufnahmen, das heißt Bugs, die eigentlich ganz witzig sind, die ihr euch auf jeden Fall mal angucken solltet, weil natürlich auch bei so einem realistischen Hardcore-Survival-Shooter nicht alles glatt geht, gerade auch in der Entwicklung und dort auch manchmal erst die Bugs auftauchen beziehungsweise bemerkt werden, wenn man dann in Game hängt. So wie es den Entwicklern halt selbst auch mal ging und diese Momente haben sie so ein bisschen zusammengeschnitten, um uns daran teilhaben zu lassen. Also schaut euch das Video ruhig bis zu Ende an. Ja, und ansonsten, meine Freunde, möchte ich weiter in das Video gar nicht reinquatschen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Video, einen schönen zweiten Weihnachtstag. Hoffe, ihr habt noch ein paar ruhige Tage bis zu Silvester und ich hoffe, dass natürlich jetzt die Tageslicht bei ESCAP vom Tag auch noch was tut, damit wir alle noch ein bisschen Spaß haben können, nicht wahr? Und ansonsten, meine Freunde, wünsche ich euch natürlich wie immer was. Euer Gunshot. Multitool ist ein sehr wichtiges Wettbewerb für die Inventarien. Mit seiner Hilfe kann man sich die Wettbewerbe und auch zlamen, die in den Karten der Zolle und die Zolle auf 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 die Zolle. E-Bahn-Bahn, V-Bahn-Bahn, Plan-Bahn, Zuver?! Sie können auch schrafen bei Schrafen aus unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel von Schrafen oder Schrafen. Verlangen und Schrafen und Schrafen, die möglich sind für die Beobachtung in der Beobachtung, wir versuchen, zu erfüllen die Möglichkeit zu geben. Es wird möglich, dank der Prozedur-Animation-Systeme, die die Schrafen schrafen hat und nicht braucht, dass sie besonderes Marker und Objekte, wie in anderen Spielern. Es wird die Systeme-Gestern für die Beobachtung, und einfach für die Beobachtung in Reader. System управления персонажами постоянно улучшается с добавлением новых возможностей в игре За год работы Искусственный Интеллект как и вообще часть, связанная с проработкой NPC-персонажей претерпела массу изменений и нововведений Боты стали умнее в каждом новом патче они получают новые возможности и навыки Сейчас основные PvE-персонажи в игре это дикие местные бандиты, которые приходят на первый шум, чтобы чем-нибудь поживиться Это беспринципные и безжалостные мародеры Выживающие и наживающие добро в Таркове В рейдах они приходят в самые неожиданные моменты способны долго выслеживать игроков и работать группой Игра за дикого является важной особенностью будущих версий EFT Игрок сможет реализоваться как мародер-налетчик не привязываясь к основному персонажу попадая на локацию в самых неожиданных местах и ситуации Выжив в рейде, игрок сможет сочетать все найденное Диким для своего основного персонажа Вообще персонажи в Escape from Tarkov тоже постоянно дорабатываются Делаются новые элементы одежды и лица для будущей кастомизации внешнего вида В EFT есть масса RPG элементов и их количество постоянно пополняется Работа с классическим слотом и инвентарем Снаряжение разгрузочных систем Работа с контейнерами и схроном Ремонт оружия и снаряжения К менеджменту инвентаря мы всегда относились с повышенным вниманием при реализации Сам игровой персонаж обладает физическими характеристиками здоровья Таким как энергия, гидрация, запас сил, уровень биологического и радиационного отравления Температура тела и кровяное давление На эти характеристики будут в полной мере влиять умения Употребляемая пища, температура окружающего воздуха и тому подобное Сама система повреждений разбита на различные части тела с запасом здоровья в каждой Мы можем сломать кость, получить кровотечение различной степени, контузию, болевой эффект Персонаж может истощиться физически, умереть от обезвоживания и голодания В будущем мы планируем внедрить стресс-фактор, учитывающий психологическое состояние персонажа Система умений на данном этапе активно дорабатывается и балансируется В игре будет 4 типа умений, умственные, физические, боевые и практические Прокачка каждого умения основана на повторении определенных действий Каждый новый уровень умения дает какой-то положительный эффект Топовый уровень умения дает элитный перк Дополнительно игрок прокачивает ранг персонажа, зарабатывая очки опыта в рейдах Игрок получает опыт, открывая новые локации и секретные места Взламывая двери, выполняя квесты и получая важную информацию Ремонтируя оружие и снаряжение, используя медикаменты С каждым новым уровнем, рангом персонажа в игре открываются новые возможности Например, доступ к новым локациям, новому ассортименту торговцев и их новым услугам и заданиям Сами торговцы привязаны к определенной локации Имеют свою собственную биографию, услуги и принципы торговки На конец 2016 года это уже есть в альфа-версии В дальнейшем торговая система будет улучшаться с добавлением барахолки Зоны свободной торговли между игроками и аукционов Каждый торговец будет иметь собственный набор заданий, плотно связанных с сюжетом Кроме этого торговцы будут обладать набором услуг Обмен валют, страхование, снаряжение, оружие, производство и другие Для того, чтобы пойти в рейд, необходимо сделать всего лишь несколько кликов Выбрать персонажа, выбрать локацию и при желании собрать группу для совместного похода Сейчас в игре есть один режим, а именно последовательное прохождение сюжетных локаций рейдов В будущем будут добавлены режим арены и фри-роум Игроки смогут общаться в чате, договариваться о совместных рейдах, делиться изученной информацией и просто болтать на любые темы Также в планах создания масштабной клановой системы Сюжетные локации рейда — это различные зоны города Тарково и его пригорода Индустриальные объекты, транспортные развязки, крупные участки леса, спальный район, коттеджный поселок, маяк и, безусловно, центр города Везде игроку придется находить способ выбраться из изолированных участков, последовательно приближаясь к зонам выхода Разнообразие локаций заставляет игрока прибегать к различной тактике прохождения А большое количество объектов для исследования поддерживает интерес к возвращению на эту локацию снова и снова Динамическая смена времени суток и погоды уже упоминалась ранее Время на серверах идет с четырехкратным ускорением, чтобы игроки успели за одну сессию заметить смену времени суток Также в погодной системе можно настраивать облачность, плотность и высоту тумана, направление и силу ветра, силу дождя и вероятность грома и молнии при грозе Погодная система постоянно дорабатывается и улучшается Было добавлено процедурное намокание объектов, появление лучших капель на оружие Эффекты времени суток и погоды могут выглядеть иначе при использовании солнцезащитных и тактических очков Давая как плюсы от их использования, так и минусы Всего мы планируем 10 основных локаций плюс несколько скрытых дополнительных Одну фре-ром локацию и две локации для режима арена Каждая рейдовая локация по-своему уникальна и зачастую будет необходимо возвращаться до них, чтобы выполнить те или иные задания Где-то предстоит работать командой, где-то можно попытаться пройти в одиночку В последних рейдах игроки будут сталкиваться с продвинутыми дикими и даже беглыми ЧВКшниками, которые выбрали путь бандитизма Процесс производства локаций – это один из основных приоритетов работы команды моделлеров и лео-дизайнеров Сейчас идет проработка самой амбициозной и масштабной локации из всех – это центр города Тарково Улицы, здания были спроектированы с нуля Большинство из них будут полностью проходимыми, чего стоит только 10-этажный гостиничный комплекс и 12-этажный бизнес-центр В новом 2017 году нам предстоит многое На носу запах закрытого бета-тестирования Не стоит забывать про и наиважнейшие этапы в разработке А именно про оптимизацию, исправление багов и внедрение античита, который объединил все инновационные алгоритмы обнаружения нарушителей За прошедший период игровое сообщество не теряло времени даром и развивалось, увеличившись с начала года в несколько раз На форуме Escape from Tarkov появился мультиязычный раздел, объединивший пользователей со всего мира Из США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и многих других стран Кроме этого, мы ввели в действие программу эмиссаров Escape from Tarkov Эмиссар – это наделенный особыми правами участков сообщества, который общается с разработчиками напрямую Эмиссары проводят самые разнообразные конкурсы, награждая доступ к игре тех, кто этого достоин, по их мнению Сотни тысяч игроков со всего мира объединены одной игрой Студент из Эфиопии, парень из российской глубинки или сержант московской пехоты США Объединены одной идеей, одним сообществом и одним полем боя, имя которому Escape from Tark От лица разработчиков мы поздравляем всех с наступающим 2017 годом Всего вам самого наилучшего Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не используйте Кто там сидит у помойки? У какой помойки? У помойки вот, чувак смотрит на нас Тихо, тихо, тихо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Bis zum nächsten Mal.